Hallo, Rinova! Ich bin's mal wieder. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich habe das Plugin jetzt mehr oder weniger fast fertig. Ich hatte jetzt die Woche nicht so wirklich den Elan da groß viel noch zu machen. Ich habe mich jetzt heute nochmal hingesetzt und nochmal ein bisschen was gemacht. Und werde dann mal gucken, ob ich das irgendwie bis nächstes Wochenende fertig bekomme. Und wenn nicht, dann schaue ich mal. Ich gebe mein Bestes. Also, habt ein bisschen Geduld, Leute. So, was hat sich geändert? Eigentlich nicht viel. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Neues Spiel. Erstens, man kann jetzt Bilder löschen. Erstmal habe ich jetzt das Ganze nicht mehr über ein Item gelöst, wobei ich das Item immer noch habe. Also, ich kann immer noch das Item verwenden. Ich habe das jetzt mal auf Events gelegt, weil es, glaube ich, ein bisschen schneller geht, als jedes Mal durchs Menü zu navigieren. Um das jetzt mal zu testen, einfach nur. So, zurück zum Thema. Dieses Event macht jetzt Fotos. Dieses Event öffnet das Menü und das werde ich jetzt mal kurz demonstrieren. Ich mache jetzt hier ein Foto und hier ein Foto und da ein Foto und dann können wir uns das Ganze angucken. Und haben jetzt unten auch eine kleine Menüleiste, wo dann auch die Tasten stehen. Mit Enter kann ich diese auch ausblenden und wieder einblenden. Mit Escape komme ich wieder zurück und mit der Entferntaste kann ich das Bild löschen. Jetzt löschen wir zum Beispiel das hier. Und wenn ich jetzt lösche, dann habe ich nur noch die beiden. Ich kann mit Escape zurückgehen und habe jetzt nur noch die beiden Bilder. Ich kann natürlich auch alle löschen und habe dann gar keine Bilder mehr. So, soweit dazu. Also das ist jetzt relativ neu, dass ich die Bilder löschen kann und dass ich eine Menüleiste habe, die ich an- und ausschalten kann. So, genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das war Renoba sehr wichtig. Oder er hat es als mögliche Funktion angegeben, die er gerne hätte. Und das war natürlich relativ easy umzusetzen für mich. Und ich denke mal, dass die meisten da auch keine Probleme gehabt hätten. Nämlich zu testen, ob Events auf dem Foto sind oder nicht. Wir haben jetzt hier dieses Event. Das ist Event Nummer 4. Und wenn ich jetzt hier stehe und das Foto mache, ist das Event mit drauf auf dem Foto. Und dieses Event hier hinten testet, ob das Event auf dem Foto ist oder nicht. Und Event 4 ist auf mindestens einem Foto. Also mindestens ein Foto. Der prüft einfach alle Fotos und kontrolliert, welche Events da drauf sind. Wenn ich das jetzt lösche, das Foto. So. Und jetzt einfach mal welche mache, wo das Event nicht drauf ist. So. Das zum Beispiel. Auf dem Foto ist das Event nicht drauf, weil das Event genau hier so steht. Also ein Feld weiter links. Ähm. Jetzt wollte ich fast das Spiel schließen. Ähm. Wird er sagen, dass es auf keinem der Fotos ist. Ich kann auch mehrere Fotos machen. Und der prüft dann einfach alle Fotos. Und auf keinem Foto ist es drauf. Und wenn ich jetzt einfach hier hingehe, ein Foto mache, dann ist es auf dem letzten Foto drauf, das Event. Und das erkennt er dann auch. Und Event ist auf mindestens einem Foto zu sehen. Gut. Damit funktioniert das Ganze auch. Wir können abfragen, ob Event Nummer 4 oder halt jedes x-beliebige andere Event auf dem Foto zu sehen ist. Oder nicht. Ganz einfach. Ähm. Transparente Events, also Events ohne Bild, werden auch erkannt. Also wenn ich das jetzt fotografiere, das ist jetzt nicht zu sehen im Spiel und nicht auf dem Foto dann zu sehen. Ähm. So. Wenn ich jetzt das Foto mache, wird es trotzdem erkannt, das Event. Event ist auf mindestens einem Foto. Aber wenn ich das Event jetzt lösche, Aktionstaste, äh ich meine Auslöser, äh Autorun und dann, ähm, zweite Seite glaube ich, genau, Ereignis löschen. Dann wird das als gelöscht markiertes Event und wird auf den Fotos nicht erkannt. Also wenn ich jetzt nochmal ein Foto mache, ich kann auch mehrere machen, wie ihr wollt. Und habt ihr jetzt die Fotos. Das Event befindet sich genau hier über dem T. Ihr seht es. Müsste also eigentlich theoretisch drauf sein. Erkennt ihr es trotzdem nicht. Also gelöschte Fotos, äh, gelöschte Events meine ich, werden nicht erkannt. Unsichtbare Events werden allerdings erkannt. Also immer die Events löschen, die ihr nicht auf dem Foto haben möchtet. So. Dabei habe ich mir auch was gedacht, aber dazu kommen wir später mal, wenn es soweit ist. So. Ähm. Warum nicht das so entschieden habe. Gut. Ich würde nochmal aufrufen, dass ihr hier in die Kommentare oder, ähm, bei dem Beitrag hier, ähm, im Forum, den ich in der Videobeschreibung verlinke, nochmal eure Wünsche reinschreibt. Ich habe jetzt auf jeden Fall die, auf jeden Fall kommen Sachen, ähm, Fotos löschen, Event-Erkennung und Map-Erkennung habe ich implementiert. Und das mit der Schnelltaste überlege ich mir noch, ob ich das mache, weil eigentlich vom Prinzip her ist es relativ egal, denke ich mal. Und ich werde jetzt auf jeden Fall danach, werde ich dann anfangen, eure Wünsche abzuarbeiten. Und was auch noch kommen wird, ist das Problem, dass mein Menü nicht auf andere Auflösungen ausgelegt ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ähm, nicht die Standard-Auflösung nehmt, sondern, keine Ahnung, 720p beispielsweise jetzt, 1280 mal 720, dann wird das Menü nicht richtig angezeigt und das werde ich dann natürlich auch noch abändern. Das ist klar. So, jetzt mache ich ein paar Fotos und dann wird das Menü hier fehlerhaft angezeigt. Und das ist natürlich nicht so gewollt. Ihr seht das Ganze, das funktioniert überhaupt nicht. Gut, da werde ich mir dann noch was einfallen lassen und hoffe, dass wir das Ganze dann, ähm, hinbekommen. Auf jeden Fall, das wären dann meine nächsten Steps. Also auf gut Deutsch das Menü auch an die HD-Auflösungen, beziehungsweise 16 zu 9 Auflösungen anzupassen. Und, ähm, eure Wünsche dann mal abzugrasen, was ihr da alles geschrieben habt. Und da könnt ihr gerne noch weitere Wünsche schreiben und den einen oder anderen Wunsch vielleicht zu berücksichtigen. Mal schauen, was mir so gefällt und was mir so nicht gefällt. Was ihr auch machen könnt ist, das geht jetzt bereits, wenn ich den Ordner öffne und auf Images und auf Pictures gehe, könnt ihr die Grafiken austauschen. Wenn euch jetzt die Menübar nicht gefällt, also die Menüleiste unten, dann könnt ihr die einfach austauschen. Dann habt ihr eine andere Menüleiste. Oder natürlich auch den, äh, den Galeriehintergrund könnt ihr austauschen. Oder das Default-Bild für die leeren Bilderslots könnt ihr auch austauschen. Also falls euch das Menü jetzt rein optisch nicht gefällt, das habe ich jetzt einfach nur, ähm, relativ zweckmäßig. Ups, ich habe jetzt vergessen, die Auflösung zurückzustellen. Kein Problem. Das habe ich jetzt relativ nur zweckmäßig gemacht. Ich denke mal, da wird jeder, ähm, wie viel waren das? Ja, 16, oder? Ja, 816 mal 624 sind das. So, hoffe ich. Aber ich denke schon. So, sieht gut aus. Genau, und, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich? Genau, wenn euch hier die Menübar nicht gefällt, hier die Menüleiste, dann könnt ihr die ändern und einfach eine andere, äh, die an euer, äh, an euren Spielstil, also an euren Grafikstil im Spiel angepasst ist, ist natürlich klar. Dasselbe gilt natürlich für das Fenster hier. Das könnt ihr dann auch optisch anpassen. So, dass das dann an euren Stil angeglichen ist. Ich weiß ja nicht, wie euer Spiel aussieht, dementsprechend. Ich kann das nicht für jeden Einzelnen angleichen. Da werde ich nicht fertig. Und ich denke mal, dass, ähm, ihr da sicherlich besser mit klarkommt als ich natürlich. Ist ja, wie gesagt, logisch. Gut. Ja, was wollte ich noch? Ja, genau, ich wollte noch ansprechen, dass ich jetzt 1660 Abonnenten habe. Wuhu! Wir haben, ähm, wieder mal einen kleinen Meilenstein geschafft. Jetzt haben wir hier schon eine 60 stehen. Wunderschön. Mal sehen, wann wir da die 70 hinkriegen. Fehlen jetzt genau noch 10 Abonnenten. Also, hallo an alle neuen Abonnenten. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ich kann euch irgendwie helfen. Ihr könnt alles kommentieren, liken, ja, mich weiterempfehlen, falls ihr das möchtet. Mich deabonnieren, disliken, alles möglich. Ich lese mir die Kommentare alle durch, die ich bekomme. Und antworte auch weitestgehend da drauf. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß auf meinem Kanal. Tschüsseli! Und bitte kommentiert hier das Video oder geht in das Forum und schreibt dort, was ihr noch so für Wünsche habt. Wie das Ganze noch ein bisschen verbessert werden könnte, das Ganze. Ähm, Plug-in. Vielleicht fällt euch da ein bisschen was ein. Ja. Ach, eine Sache würde ich euch noch zeigen. Ja, das Video wird irgendwie länger, ich merke das schon. Eine Sache würde ich euch gerne noch zeigen. Ähm, ein Problem habe ich nämlich noch. Und ich habe keine Lösung dafür. Wenn ich jetzt hier 24 Bilder habe. So, ich habe jetzt nicht gezählt. Ich gucke mal. Ja, das haut hin. So, äh, 25, Entschuldigung. 25 Bilder habe. Also alle 25 Bilderslots belegt sind. Und ich dann speichere. Dann dauert das sehr, sehr lange. So, also das hat wirklich lange gedauert. Und dasselbe gilt halt auch, wenn ich das Spiel lade. Und, ja. Dann dauert das auch eine Weile. Wobei das jetzt beim Laden tatsächlich schneller ging als beim Speichern. Wie ich gerade gemerkt habe. Interessanterweise sehr merkwürdig. Aber es ist egal. Es ist halt so. Ähm, ja. Da weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man das irgendwie besser hinkriegt. Ich habe erst überlegt gehabt, ähm, beim Machen der Fotos, die Fotos abzuspeichern. Aber das ist dann auch blöd. Weil dann würde es beim Machen der Fotos dann halt immer laggen. Ähm. Und gleichzeitig ist das Problem, dass ich dann immer überprüfen müsste, welchen Speicherslot ihr verwendet habt beim letzten Mal. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweiten Speicherslot verwenden würde, würde er ja die Fotos nicht wieder abspeichern. Dann müsste ich, das ist ein bisschen knifflig alles. Ähm, vielleicht habt ihr da eine gute Idee. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, lasse ich es so. Vom Prinzip her ist es noch vertretbar. Aber es ist doch ganz schön lange. Die Datei ist relativ groß auch. Ähm, jetzt hier bei 2,5 Megabytes. Ähm, die ganzen Fotos, ähm, alle 25 Stück. Also, da ist schon ordentlich was dahinter. Und wenn ihr höhere Auflösungen verwendet, zum Beispiel 720p oder 1080p, dann sind natürlich die Fotos auch größer. Und dementsprechend ist dann auch natürlich die Datei noch größer, deutlich größer. Aber, naja, egal. Vielleicht habt ihr da eine Lösung. Und jetzt wirklich Tschüssi, ich bin weg. Und bis zum nächsten Mal. Euer Donfi.